und ein halli hallo jetzt mit dem es von xy einfach mal sie jetzt geht's los jetzt geht's weiter mit dem bonn und so geil wir müssen ja die bäume noch mal angreifen teil 4 ganz vergessen wir haben wir noch ins wii noch im baum können erreicht das wasser kommt das wasser kommt das wasser kommen ich komme ja besser wenn man hier noch nicht draußen lang gehen also ja hier mal machen wir mal so eine straße lang weiß das besser wird es ja mehr bis dahinter hinkommt ja vielleicht wasser ist dann arbeitslose haben wir noch keinen mehr wir brauchen ein bisschen mehr materialien wir haben man noch was vergessen wenn man mal hinschmeißen ich bin noch drin ok das wasser gerade wieder einer gestorben soll gerade hier mehr machen aber nein haben wir kein glück ok gerade wie das viel zu viel im bauern wir brauchen mehr leute muss langsamer hinsetzen also haben wir brauchen mehr also nicht einmal hier was vergessen und konnte 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 das aktiviert haben wir fast vergessen die pumpe wieder an zu aktivieren ok wäre fast in der hose gegangen eigenverschulden also wir müssen warten bis alles gewachsen ist kann man auch was erforschen jetzt gerade wir haben ja noch welche punkte bekommen da waren wir 100 wie wir haben wir 83 da ich war nicht schlecht aber das brauchen wir noch nicht ich würde dann lieber auf die tausend punkte hier speichern und warten und das da machen aber bei der unterkunft wäre auch nicht schlecht wohnung den einzelnen minimum wohnung braucht man eigentlich nicht so richtig oder lieber auf die großen gehen da die brauchen das hier ist das maß mal brauchen das würde ich erst mal gehen wollen und dann auf das das brauchen wir auch bevor wir auf das wasser gehen wir brauchen ja hier kommen an rätchen 20 müssen wir erstmal zahnrädchen bauen toll also müssen wir uns zahnrad fabrik bauen ja dann hier aber wir müssen uns erst mal ein bisschen mehr vermehren vermehren wie dicker nicke erst mal dran wie wir denen sogar bis hier rüber kommen bringt uns das was wenn wir den stadt am kaputt machen eigentlich nicht eigentlich nicht eigentlich nicht höchstens wenn wir hier so die gehand setzen auch nicht nicht so richtig nicht so richtig wollte uns das was bringen das würde uns vielleicht was bringen das würde uns was bringen ja haben wir das hier zerstören das machen wir aber dann dann wenn man muss können keine ahnung wollen wir das machen können müssen wir auch hier hinkommen haben wir haben geschlafen in holz genau tun keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung ja mal kurz kartoffeln ausmachen geht da hin da brauchen wir denn nicht da kann man den wieder weg machen genau an der falschen stelle wo du hinschneifen solltest das war meine schuld auch die brauchen lange also ja auch da ist ja schon haben wir schon mal in aktuieren der ersten bau sind ja schon mal fatsch die bringen nur einmal holz die bringen dann zweimal holz soweit ich mitbekommen habe und die bringen dreimal holz aber dafür brauchen die aber viel länger der effektivsten ist eigentlich hier kieferholz das war die schütze jetzt tun wir das mal alles raus und wir tun möchten nur hier holz rein haben planken wir können nur planken rein haben so hatten wir ja auch noch planken drin gehabt die Kamera die Kamera ist schon die planken sollen hier nur rein und und die bedinger sollten hier nur rein mehr braucht er nicht rein mehr braucht er nicht rein langsam wird es mit dem holz man muss ein bisschen warten aber es wird langsam die brauchen eh noch ein bisschen das sieht gut aus ja ja so wie sieht es mit unserer Jungtierproduktion aus he he und das wird es an so nahrung ist okay aber man nimmt ja überall noch eine drin das reicht du erst mal dicke aber dafür kann man hier wieder einen reinmachen sonst wird es hier drinnen mit den dingern zu fallen jetzt kommen wir langsam vorwärts und dinge kommen aus mal wegnehmen kann man dann wieder hin bei menschen mit die anderen rastlichen in zwei drei vier fünf sechs bäume wieder gewachsen sind genau das ja jetzt aktivieren die frage haben wir dann in trennen wir haben wir noch kein drinnen und funktioniert auch haben noch kein trennen wir müssen ja wir müssen mehr popo machen miteinander viel mehr popo ein ja ebenso mehr boomer haben jetzt mehr publik haben die mich gehört die mich gehört wir können mal kurz um planen und mal aktivieren naja in der trainer gewissen und wir können hinten aber schon mal weiter bauen wir haben jetzt 530 blanken haben wir schon mal ok wir haben ja auch schon holz aber noch keine arbeiter moment die kommt schon nach heute kann man ja die erstmal deaktivieren jetzt tut er wenn ich bisher schon machen immer super dann wenn man die hier glück haben jörg kommt wieder schon wieder so weiter blick gerade ob hier noch einen steifen holz dran machen jetzt lieber nochmal welcher herr ist mit mir jetzt ein bisschen mehr aber die sind mir erstmal wichtig ja dann ja natürlich wird auch was vergessen mutter gemacht jetzt oder hallo wir haben doch schon eingemarkiert oder nicht noch ja gut der war schlafen ok er war schlafen ach guck mal wir haben schon 14 erwachsene langsam wird es wo wir auf schnell gestellt haben also wenn man auf normal stellt da brauchen wir ja ewig mal so das ist mir zu langsam da müssen wir auch noch was machen vielleicht wer arbeitslose namen erkenne oder nicht die erwachsen werden kommen hier in transport das mal rein geht die sind vielleicht schaffen das ja noch hier zu aktivieren leicht wir haben noch einen tag wenn es klappt essen haben wir genug essen haben wir genug da dürfte auch noch bisschen einfach das klappt ja wasser am ort der folge also wir haben ein zwei vor drei folge haben wir hier volle ich sage mal fünf volle und immer diese art in mit ja müsste doch wenn wir mal durchkommen wir haben wir jetzt auch gleich denken wir das das hat sich gelohnt ja nochmal schnell zu machen oder und der scherfer noch er die dürfe kommt einmal sehen speicher ich weiß was er war es gewesen wir hätten das hierher gemacht er langt das noch langt das noch die waren immer nass na kurz ist ein keyboard das ist egal na jetzt 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 ja wir haben es cool mehr will ich gar nicht speichert der wird niedriger hier haben wir noch etwas und auch nicht mehr viel aber immerhin haben wir noch ein bisschen was kann man den ja noch mal aktivieren okay ich denke mal wir gehen jetzt hauptsächlich mit auf wissenschaftspunkte mit kann man schon mal bevor arbeiten ja haben wir uns hier nach dem wissenschaftsdienst hin und dann noch mal das ist funktionsnuckert erst mal ein bisschen frei wird dann weggerissen wir waren ein großes hin aber wir können ja hier oben schon die kürtingen kürtinger betriebe dinge erforschen wir machen das so haben wir hier noch mal einen ran ja wie sieht es aus gut okay er hat 80 partner war da mal er hat 80 watt ach du scheiße ich glaube wir brauchen dann wirklich noch eine windmühle 50 watt verbraucht der 108 durch schreiben leistung haben wir uns da eine windmühle müssen dann auf windmühlen gehen dass man schnell wir haben noch wir haben noch wasser immerhin wir haben noch wasser aber wie viel braucht die windmühle 120 braucht die ne 120 punkte gibt auch 120 ps ab eigentlich nicht schlecht aber uns fehlen noch fünf punkte die werden wir hinkriegen 17 mann haben wir schon und ein jungs her ja ganz bahn da da brauchen wir hier auch was anderes machen wir haben wir haben wir haben noch wasser da alles kein ding hier kann auch schon wieder aktiven 18 das wort langsam wir haben wir hier ein wir haben wir hier nicht Okay. So, können wir ja dann eher so einen Hochgang bauen schonmal, oder? Ja. Die nächste Etage. Aber ich werde jetzt erst mal Tschüss sagen und Bye-bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Bye.